Herzlich willkommen im Autohaus Gerhards. Wir sind ein Familienbetrieb in der zweiten Generation und bieten Ihnen seit 54 Jahren Service und seit über 37 Jahren für Volvo Neu- und Gebrauchtwagen den Verkauf mit dem kompletten Service in Siegburg an. Bei uns bekommen Sie vom Volvo V40, dem sichersten Fahrzeug der Welt laut NCAP Crash Test, über die Limousinen S60 und S90 und unseren Kombis V60 und V90, die auch als Cross-Country-Variante erhältlich sind, bis hin zu unseren SUVs XC60 und XC90 mit bis zu sieben Sitzen. Die neueste Plug-in-Hybrid-Technik können wir Ihnen in vier Fahrzeugen liefern. Alle aktuellen Volvos läuten eine neue Ära an Innovation und skandinavisches Design ein. Unser freundliches und kompetentes Team bedient und berät Sie gerne. Und das immer mit einem Lächeln. Denn wir sind das freundliche Autohaus mit dem Elch im Rhein-Siegreis. Ob Service, Unfall, Hagel oder Glasschaden, wir sind Ihr Ansprechpartner und bringen Ihr Fahrzeug wieder in den Zustand, dass Sie sicher unterwegs sind. Auch TÜV und AU werden in unserem Hause für alle Fabrikate mit den dafür notwendigen Arbeiten durchgeführt. Wir sind ein IHK ausgezeichneter Meisterbetrieb und darauf sind wir stolz. Genauso wie auf unsere drei Azubis, die wir hier im Betrieb ausbilden. Wir freuen uns, Sie begrüßen zu dürfen und wünschen Ihnen allzeit gute und sichere Fahrt.